Bilder da draußen, seid mir gegrüßt. Ich begrüße euch hier auf den netten, wunderbaren, besten und kraftvollen der Welt. Gut, ein bisschen übertrieben, mag sein. Egal. So, ähm, ja, wir haben jetzt so Ende September, heute, letzter Septembertag, und das bedeutet, dass wir die Reise antreten müssen zum Weihnachtsdorf. Mhm, so, das spielt vor Weihnachten schon. Ich kann Ihnen das nicht glauben, aber in den Läden liegen schon die leckeren Weihnachtsgebäcke aus. Und, ja, für uns bedeutet das, dass wir so langsam das Aufnahme zum Weihnachtsdorf um Trott zu bauen. Ich muss auch mal sehen, dass ich bald möglichst ein Textupaket hier weihnachtlich mir besorge. Ich gucke mal, ob ich hier etwas zu haben, was ich mitnehmen möchte. So, ein, äh, mitnehmen, keine Ahnung, sehr viele davon. Jetzt kriege ich deine Gegendhunde getamed. Kann man hier brauchen, was wir hier bringen können. Ich brauche auf jeden Fall eine andere Hose aus Eisen oder so. Haben wir da was da? Was ist denn da? Diamantenschutz? Hab ich ja die gehabt. Was soll ich jetzt die gehabt habe? Wird wahrscheinlich repariert, ne? Hab ich nicht gedacht, aber auch. Eisen, genau. Genau, hier Diamant und auch hier Diamant, so. Die anderen Sachen lege ich erstmal wieder hier in die Kiste rein. Da müssen wir nochmal reparieren. Achterfang eine andere Kiste für, ne? Für reparieren, das hier, ja. So, aber Tour sind die Sachen hier. So, diese Kiste. Ist auch kein Diamant, darum jetzt schnell mal reparieren. Dann müsste ich umgucken, ob ich jemand noch habe. Hinterperle wird in die Wecken. Eisenbahn, die tue ich auch in die. Diamantenschwitzhacke, da tue ich in mein Inventar. Hier ist alles drin, bleibt gold, kommt auch in die Schatzkiste. Feuerstein muss nicht, die Schatzkiste, das brauchen wir nicht. Die Kupschrauben dann auch hier bleiben. Und mit Schatzkiste auch. Und mit Schatzkiste auch viel Ärger macht natürlich auch ohne Geschick. So, wenn ihr die Bessers einbekommen unterwegs mitnehmen. So, alles klar. Und hier, das haben wir eigentlich super live. Oh, hier sind auch hübsch Augen drin. Okay, das ist Tinten, das Farben. Fackeln können wir auch gebrauchen, ja. Fackeln sind wir ziemlich klamm, bestückt. So, hier nehmen wir ein paar mit. So, hier nehmen wir ein paar Steine mit. Das sind Baum, verschiedene Art, Steinsiegel, hier bauen wir mit. Hier, wir wissen, was Baum können dort. Das ist Stein. Stein, 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 Stein. Stein, die packe ich hier nicht zusammen. Stein, die auch nicht. So, Stein, Stein. Treppen, die wir schon da haben, kann man es ja mitnehmen. Hier haben wir auch noch Fackeln drauf. Ach, dann kommen wir auch mitnehmen. So, dann haben wir zwei Jahre selber, warum. Also markiert. So, alles klar. Ich lasse es, ja, wenn sie es da essen, haben wir aus meiner Tasche ein bisschen wenig essen, finde ich. So, wenn ich es so stelle, das tun, dann brauche ich nicht. Etwas essen müssen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich da hin, weiß ich nicht, wie ich da hin, vielleicht ein paar Gleise kaputt gegangen sind, oder ein paar Gleise mit. Sicher ist sicher. Und das für ein Schleinball. Ich höre es nicht. Schau machen wir, als ich es da habe, sind die Verein. Interessant. Und jetzt nur mit. Das wird da die Umgebung nicht abholfen müssen, also irgendwie in die Bogen. So, was hält das denn auch noch? Jetzt habe ich heute geäußert. Ich sehe die auch in meinen Tresor packen, so. Und dann nehmen wir uns was zu essen mit hier. Ich hoffe das reicht für die paar Tage. Okay, jetzt werden wir gleich her. Und dann nehmen wir einen Karten. Okay, dann haben wir einen Karten zu machen. Und dann haben wir einen Karten. Und dann bin ich nicht in der Nähe. Und dann kann man gehen. Ich habe ein paar Sachen mit dem, ich bin schon mal. Ich habe ein paar Sachen mit dem, ich habe es gemacht. Ich habe einen Karten. Ich habe einen Karten mit dem, ich habe es gesagt. Meine Tasche ist schon ziemlich voll. Gucken wir ob wir da Eier finden, weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Körbisköpfe für Halloween. Körbisköpfe geschnitzter Körbiskopf. Ja, nehmen wir mal mit. Hände müssen wir stehen. So, dann den einen Baum hier schon mal auflegen. Die Körbisköpfe ist ja schon weit, weil wir schon ein bisschen typisch weiter sind. Genau, und dann stellen wir jetzt hier mal den Körbisköpfe an. Äh, fass ich irgendwie. Ne, wir waren das noch. Jetzt kommt leider nicht die Körbisköpfe. Wir brauchen noch eine. Aber was ist für die Tiere? Hm, ist sie nicht. Okay, ein Spinnereinbruch. Da kommt wieder die Spinnereinbruch. Sehr merkwürdig. Hm. Na gut, ich stell jetzt was mit dem Körbisköp hier irgendwo hin. So, dann hänge ich oben an. Jo. So. Jo. Ganz willkommen. Mithaltenkanz heißt das. Bin mal gespannt. So. Ja, die Wächter stehen alle da hinten. Es bringt sehr viel, wie die da hinten alles steht, Leute. Die Wächter, Mami fertig. Wir müssen jetzt runter. Die Tür aufpassen, den Hund. So. So. Und dann lassen wir ein Lohr. Hier mit der Wettbewerb. Und dann lassen wir ein Lohr. Hier mit der Wettbewerb. So. Wir müssen. Wir müssen ihn nicht einladen zum mitkommen. Na ja, jetzt geschon. So. 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 Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist ein bisschen schwierig, aber es ist ein bisschen schwierig. Über die rive und durch die woods zu Grandfathers' Haus we go. The horse knows the way to carry the sleigh for the wild and drifted snout. Over the river and through the woods, oh, how the wind has plowed. We have to move the horse and bite the roses over the ground. We have to move the horse out again. We have to move the horse out again, because Lori has lost it. We have to move the horse out again. Oh mann, was mir dort auf der Reide, welch Wunder ich beschämt, es kam ein weißer Engel zur hohen Meternahme. Das ist sehr nervig, außer jetzt haben wir diese blöden geschnittenen Sandsteine, da brauche ich die Gemeinschaften wirklich nicht. Wer sanget, freut euch alle, der Heiland ist geboren. Das sind Lore, eh nichts gebracht, das ist ja eh hierher. Ich verspreide ihn mal ein bisschen. Hier die Stelle ist so dunkel in dem Bayer-Wenk, hier muss ich nicht stellen. Hier auch. Ich weiß nicht, ob es hier so dunkel ist. Mit den Gründen ist es hier besonders dunkel. Und wie er also sanget, da flog er wieder rein. Na egal, wir gehen jetzt weiter. Hier auch. Klasse ist, wie alles kaputt gemacht wird. Keiner Rücksicht genommen wird. Ich muss auch mal ein paar ausschließen hier. Hopp, 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 hopp. Da kann er auf der Stahl. Der hatte gar keine Hände und lief sich in den Stall. Ich schlich mich auf die Seite und guckt ein wenig rein. Da sah ich kein paar Leute. Und auch das Bindeleum. Es hat ein Löffel. So müssen wir aber Müll loswerden, ne? Wir wollen eine Müllverlächtnis füllen. Zeig rein damit. Was macht in der Müll? Wir wollen eine Leiter, die ich brauche. Da habe ich eben eine Leiter aufgesammelt, die ich nicht haben wollte. Habe ich sie gesehen, okay. Mehr habe ich nicht. Momentan. Auf dem ganzen Land. Was ist das? Steinstufen. Äh, die sind dazu gekommen. Nein, die sind ja nicht. So. Ich habe das Ding getan. Ja, das ist ja da. So, okay. Kein Ziegelschliff. Und dass die ich mit habe. Weiß ich jetzt weiter. Ach, aber wenn der zu verwerden geht dann nicht so sicher. Das sieht scheiße aus. So lassen oder hier was anderes hin machen. Hier haben wir den Gleis ein bisschen weiter weg. Aber hier treffende Fass. Jetzt laufen wir mal wieder aus der Zaun, Zaun, Zaun. Das muss hier so sein eigentlich. Jetzt ist es gleich noch gesperrt. Jetzt kommt direkt auf den Gleis. So ist besser. Alles klar. Ist auch am Hund. Mit der Augen bitte. Ist auch von mir? Ne, ist die von mir. Der ist nicht von mir. Tut's an. Wir müssen wohl hin. Was kann hier? Wir müssen erst mal auf. Ist schon lange her. Ja. So. So. Und dann? Mal wieder an der Lounge anfangen. So. 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 Und dann. Das ist nicht mehr. Daher kommen wir jetzt. Okay. So. 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 Das ist ja schon da, was ist ja schon da eigentlich, hier ist das schon richtig. Oder? Ne, ist nicht richtig, aber was ist denn? Oh, da fehlt was. Jetzt haben wir natürlich keinen Sandstein mehr. Aber hier fehlt definitiv Sand. Oh, jetzt war der Hund dahinter. Oh, hier können wir sind schönst du wieder. Wo wollen wir wieder Sandstein raus auf? Äh, kein Sandbote sind nicht. So, Sandstein nicht haben. Oh, hey. Was? So, Eiswärm. So, Sandstein, aber irgendwie habe ich Müll aufgenommen, dass ich hier den Hund, der es kein Gammelfleisch mehr geben kann. Ich weiß mal, was wollte ich eigentlich ablegen, ne? Fackelhandsüt, wie plassiere ich? Gammelfleisch, den Hund brauche ich, genau. Oh so, Hund. Ich habe verletzt vorhin. Tatsächlich, wo ist er denn jetzt hin? Ist er weggelaufen. Wo ist er denn jetzt hingelaufen? Profi, wo ist er? Da ist er. Alles klar. Äh, bleibt mal sitzen. Ich muss mal hier einen kleinen Römer durchführen. Ähm. Fehler. So, oder? Ich habe ja, was ist hier mit Sand, ne? Wie habe ich hier? Drei, aber ich brauche noch einen Sandbrauch. Ich muss ja auch das Richtige hinfüllen. Ich fülle mir gerade ein. Wieder. So. Hier ist alles mit Sand gefüllt und die Sandstarten. Gerade so. Morgen. Neue Freuden hoffen wir. Alles klar. Ähm. Hier sind wir auch falsch, oder? Ich weiß nicht mehr. Hier sind wir nicht wichtig. Wir müssen zum, ähm. Hier. Ich decke es um den Regen. Man merkt das, ne? Wenn man richtig ausgebremst und runter geht. So. Das ist genau. Unterdorf, da geht es um. Unterdorf. Da ist das Hauptbahnhof. Genau. Da müssen wir hin. Und dann müssen wir zu diesem, äh, Marmor... ...und jetzt mal sagen, diese Dünse. Genau. So. 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 Also Coca-Cola-Pasar und auch. Das ist alles richtig. Jetzt müssen wir... Nein. Ne? Gerade schon. Zum Quarzblock müssen wir. Das ist natürlich recht. Das kann ich jetzt um die Uhrzeit bei Nacht zu fahren. Da ist mein Handelhaus. Das ist noch ein Schiff, das noch nicht fertig ist. So, jetzt kommt der Aufländerung. Ja, warum ist das denn? Jetzt schon die Quarzsicht, oder? Nein, ich weiß nicht. Oh nein, wird einer in der Mitte stehen. So, haben wir ihn mitgenommen. Haben wir sich schnell ausgebremst, aber jetzt geht's los. Ja, jetzt wird es los. Da ist noch ein bisschen. Jetzt brauchen wir noch mal ein Schiff. Ich hab' eine Mude überhaupt nicht. Ich hab' jetzt halt ein bisschen die Chance vor dauernd. Jetzt brauchen wir noch mal raus. Das ist jetzt mal das Kartenabend. Das ist ein Kühlketschen. Ich hab' jetzt den Kühlketschen. Das ist ein Kühlketschen. Dann haben wir noch ein Kühlketschen. Das ist ja so. Ich hab' jetzt den Kühlketschen. Ich hab' jetzt den Kühlketschen. Ich hab' jetzt den Kühlketschen. Wie soll denn das? Aha, das müssen wir hier oben alle in der Reihe tun. So, na, wieso wird es rückstellt? Was haben wir denn? Oder sechs Eisen reinlegen. Ja, da hält sich keiner rein. Ja, da hält sich keiner rein. Ne, war ja gut. Da hält sich keiner. So eine Eichenerie. Eine Eichenerie. Das erscheint noch mal, brauche ich nicht zu dringend als stark. Jetzt können wir mal mit. Das ist auch alles stark. Ja, komm mal auf 65, so. Das war die Ökobachsteine. Den habe ich ja lange Zeit gebraten. Die Kohle werde ich gebrauchen. Ach mein Gott, ich will es mitzupacken. Ist ja auch nicht so schlimm. Das kann ich aber gebrauchen. Deswegen müssen wir doch noch mal 64 hier. Wir werden hier nicht mehr brauchen. Hier ist eine Nummer 4, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist immer so ein Schnellaufstieg. Und dann ist hier dieser Marmorgebäude. Das war mal ein bisschen höher, aber es war nicht geschlossen. Das war nicht fertig. Dann habe ich mir mal die Zeit genommen zugemacht. Zwei Etagen sind aber noch nicht eingerichtet. Das darf der nette Herr Dej machen. Der hat das angefangen und nicht zu Ende gebracht. Das geht schneller, süßer. So. Alles klar. Nun auf zum Wanderstuft. Dazu müssen wir die Gleis wechseln. Und das geht hier runter. Hier muss noch ein Schild hin. Hier. Wo es hingeht. Das habe ich nicht da. Schilder haben wir nicht da. Schilder. 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 Auch kein Holz. Die haben kein Holz. Schilder. Schilder. Ja gut, also hier muss noch mal ein Schild hin. Da muss noch soviel eigentlich hin. Das ist deswegen ja gefolgt. Na, wir hatten gerade die Fälle. Schade. Und wenn man da irgendwann wieder bin ist, dann lässt es wieder weitergehen. Ja, zum Beispiel. Geholt. Ach, kein Gleis. Ja, aber das ist doch schon lustig. Ja. Das ist mir ein bisschen lang. Die haben sich genau die Zeit. Ohne mehr Stoppen raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und, äh, was ist denn mitkommen, Hund? Uh, die haben mitkommen, ob der es schafft mitzulaufen. Hier fahren wir weiter. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Antriebsleister. Das hat natürlich Gründe. Die kommt da hinten erst. Das ist eben halt, damit wir die Wagen sich ausrollen können. Ja, komm mit. Das wird schnell. Mal sehen, ob der Hund mithalten kann. Der Hund hat ja eine lange Zeit mithalten können. Aber wir waren dann weg. Ich möchte eben mal hängen halten. Oder so. Das auch noch mal. Wie ich gewinne. Ich glaube, das ist noch gut. Ich fahr ein bisschen jetzt. Oh, sehr zick. Weil ich hätte gerne auch die Fahnen drauf getan. Und die sind dann soweit. Die haben die neue Vision meine Kraft umgesetzt. Und meine Kraft hat daraufhin, glaube ich, auch noch zwei Updates nachgesetzt. Dass mein Server jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand ist. Weil ich da keine Lust habe. Ich hab' den Film eins zu machen. Ich hab' den Film eins zu machen. Und dann warte ich erstmal, das ist wieder wieder ruhig ein. Das ist wieder wahnsinnig, dass uns alles gut ist. Und so. Ich hab' den Film mit dem Wasser. Und in der Zeit. So. Ich weiß, dass es so geht. Äh, ja. Das ist Wohle, wenn ich da. Ich zeige mir noch die Vorlesung. So. Aber jetzt möchte. Und das habe noch Zeit. Ich hab' den Film an. Die Fläche ist auch gespielt. Wir sehen uns vor uns in der Abflütheit. Was machen wir? Wir schauen uns an. Das ist ein nice, äh... ...und so kann man mit dem вотen... ...und so ist das eine Schüssel... Ich kann es mit dem anderen Platz wieder... ...und, ich kann es vorher anbieten... ... actually, er hat auch die Zeit mit dem... ... und... ... und, um... ... und, um, 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 an... ... und weißer, Laufmann, und äh... Ich weiß klar, man hat genug Spiele und Fehler, aber es reicht viel an, wenn ich den Fremden verfehle. Ich bin hier im Rennleben, der auf Kontersson und den Leben, der dann pressen kann, ja. Der Kabinett war bereits. Und, ja, das ist ja auch noch ein paar Tage. Jetzt, äh, das ist der Landplan. Der Landplan. Und, ähm, das ist ja noch ein paar Tage. So, da sind die Leute, die ihr habt, dass sie in der Rennlase, die ihr rauskommen sollt, wir haben keine Zugangstelle mehr, die wir hier suchen, aber der Landrat ist ja auch noch ein paar, das ist ja so wichtig, dass sie in der Rennlase gehen, die wir hier unterliebt haben. Da ist ja noch ein paar Tage, da ist es wirklich wichtig. Und, das ist die jetzt eigentlich sauber zu tun, das ist letztens so. ... und das ist ja auch nicht ganz gut, aber ich habe eine Versucht, vielleicht über die Leute zu motivieren und dann tatsächlich arbeiten, bringen wir eine Melkung und bringen wir eine Melkung und dann weißt du, was du sagst, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss aber eh nur in der Nähe ein Loch in der Tiefmodus runtergraben wollen, weil wir das andere Server sehen, die Trash genau, und dann wollten wir mit älteren Schnellteilen kommen, dann können wir wegfahren, wenn wir hier hinkehren, wie das man hier durch die Wege bringen kann. Das ist eine Trashkostelle, die hier ist. Ich weiß nicht, ob das noch mal geht, das andere. So kann man hier verkehrt, das Wasser zu hängen. Wir wissen doch nicht. Das ist ein Schwerbeschlag. Bei den Böden ist der Wüste sie in der Technik, der Kante der Kante der Baum. Deshalb ist der Kante der Kante der Kante, der Kante der Kante der Kante der Kante. Was Clone-Best ist, das ist ein Kante der Kante der Kante der Kante der Kante. Ich komme nicht an die Kante der Kante. Das ist ja klar, das muss man auf dem Server unternehmen, das ist eine, aber für jeden Echweiß muss man auf einen Deckbehalt, unser Textur wird hier auf dem Server und dann wieder ein, wie wir sehen, das ist so schön, das ist überwältigend, das ist mir vertrag unser hier anziehen, vielleicht will ich Ihnen mal nachmachen, wenn wir auch einen Topf der Abenteuerkarte ist, aber die Abenteuerkarte ist, da ist neu, da ist auch ein強es Aufenthalterkarte, das ist nicht sicher. Das ist ein paar Jahre herzulassen. So ist es ein bisschen blöken. Da sind wir da. und welche schon machen wunderbar haben wir nicht in der lore kiste gehabt hier sind die loren gespart lagert aber ist eigentlich nicht gezielt jetzt geht es zu fuß weiter aber auch erst in der nächsten folge und wenn es tage ist am besten das wäre eine maßnahme wie ein bett mit zu nehmen aber egal ich bleibe es hier stehen und wir sehen uns im nächsten folge alles klar habt euch wohl und dann geht die wanderung weiter mit dem fuß weiter und das waren wir schon wieder zu lange gemacht ich bin weg ciao